Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video mit dabei! El Hikaru! Und zusammen gucken wir uns jetzt ein Video an und zwar von Chewie from... from... ...twice. Und zwar hat sie von Taylor Swift nie gecovert. Okay. Da bin ich mal gespannt. Bin sehr gespannt. Chewie ist mein... also... Chewie ist mein Bios von TWICE. Die ist aus Taiwan. Ah, okay. Da bin ich ja mal gespannt wie die so ist. Kennst du das Lied von Taylor Swift? Boah. Nee, gar nicht. Wenn du so... TWICE ist das lange schon gehört. Okay. Oh mein Gott, wie hübsch sie ist. Ah, so cute. Ist schlecht. Also gut gemacht. Ich bin der woher sie erste Mal. Wie ich bin. Ah, so süße mal. Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Bist du mir warst? Oh. Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Sie ist ja tú. Ihr Englisch ist auch gut, ganz so cute. Das heißt, dass man straight geht. Ja genau, aber man sieht ihn ja auch schlecht. Ich weiß gar nicht. Nee, anscheinend nicht. Also der ganze Fokus auf Chewie. Ja. Oh mein Gott. Ja. Nee. Das war die Musik, die wir uns passen zu haben. Ja? Ja, natürlich schon. Was hättest du erwartet? Ja, eher halt so mehrere Leute, so Marschkapelle-mäßig so weißt du. Okay. Vielleicht wär's auch schöner gewesen, wenn der Bankcham von Stray Kids dabei gewesen wär so. Und er sagt, dass da zumindest mehrere Leute sind, wo die so trombeln. Aber so ist es schon. Ich weiß jetzt nicht, wie toll es wüsst, wie sie es gemacht hat. Cool. Anscheinend haben einige so gekabert und so, richtig gut. Aber Chewie ist ja mein Bias, deswegen dachte ich, wie mach ich das? Und liken wir mal richtig gut, gefällt mir. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, falls ihr weitere Vorschläge habt, auch in die Kommentare. Und ja, jetzt nicht zu liken und zu abonnieren. Guckt euch noch unsere an und ich weiß es vielleicht zusammen. Stay safe, stay happy und bis zum nächsten Video. Cheerio! Und jetzt policiere. ā